Moinsen und willkommen zurück zu Rage 2 und da ist ein Lichtluftballon, ein Heißluftballon. So, wir wollen jetzt, hatte ich gesagt, in der letzten Folge, ups, daneben, zu der Hauptmission. Da, dabei kommen wir hier vorbei, die zwei Orte werden wir mal aufdecken. Gucken, was da passiert da. Muss mal lang. Mal lang, okay. Schwer, dunkel, ne? Habt ihr das Gefühl, ich bin nur im Dunkeln, das gefällt mir überhaupt nicht, ey. Äh, wo war das da? Da hab ich keinen Bock drauf. Das ist hier schön am Hellen zu spielen. Sagen wir mal hier, frühmorgens um 9 Uhr. Aktiviertes Systeme. Wer kommt da an? Oh, da ist was. Hä, ist man sich da lang? Hä, ich sollte doch eben nach der anderen Seite fahren. Oh, oh. Hey, ich hab mal. Ach, hier. Oh, Alter. Also, die Kiste will ja um ihn gehen, wie er scheint. Komm, aber auch nicht dazu, mal einmal durchzufahren, ne? Einfach zu verlockend immer. Ja, ich hab mal. Äh, ja man. Oh, haha. Ja, oh. Ja, ja. Okay, jetzt wollen wir die Piste. Sorry, aber der Immigrant... Ziele erreicht! Leite Standby-Modus ein! das klingt wieder so nach dicken monster trotz tagebucheintrag ich bin runter um mit den sachen zu helfen aber diese höhle ist echt scheiß gruselig wir haben es so gut okay das ist glaube ich wieder so wie es war schon Oh, ja, 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 ja. Ha 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 ha. I hate her. Was ist die Kuiper? das macht die kraft ja da und blabla ja könnten das kleine dinger schüler sein gut okay dann können wir das auch noch besuchen oh, warte mal was ist das Fahrzeug oh ja, über den wow was geht Ja. Ey! Wo ist denn noch einer? Ja. Ne, hä? Hm. Hm. Guck die zuckig aus hier. Heftig. Oh. Äh, sie wird da lang. Der Nist war raus. Oh, nee. Oh, Junge. Das sah halt mir völlig aus. Ah, sie war doch hier. Äh. Mit erstmal alle kalt stellen. Damit sie sich für mich nicht mehr interessieren. Wir kommen, Lecker. Komm. Okay. Nächste. Hö. Ey, das sind das viele, ey. Äh. 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 Was ist das? Was ist das? Fuck Alter Kommt nicht bis dahin Gehe ich erstmal in die hier ran Gehe ich rein Gehe ich rein Gehe ich rein Gehe ich rein Okay Okay Gehe ich rein Gehe ich rein Gehe ich rein Oh kacke Alter Fuck Fuck Nein, 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 nein so ein scheiß und sind die alle wieder da alle weg sind das noch die da krass man wie viele das immer sind kein plan das machen soll das sind so wahnsinnig viele gegner ja 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 das sind halt einfach so verdammt viele da ja 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 sicher ja ja da ja 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 Mit Spitzes abtreten! Ah! Hmm. Mit Spitzes abtreten! Uh! Mit Spitzes abtreten! Okay, aktuell sind es jetzt keine mehr. Ah, dann sind sie... Oh Gott, oh Gott. Es sind wieder so viele da, Alter, ne? Das ist abnormal, Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ei, 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 Alter. So, was hat man jetzt hier gehabt? Lagerkisten, drei Stück. Hier habe ich eine gesehen gehabt. Dann hier. Und die letzte... War ich sogar hier drin? Ja. Gut, haben wir geschafft. Haben wir die auch noch nicht? Ach, du Kacke. Na ja, okay, dann machen wir jetzt einmal mit der Folge Schluss, weil die erste auch schon wieder so lang. Und in der nächsten... Aber in der nächsten... In der nächsten... Verspreche ich, werden wir zur nächsten Hauptmission fahren. Ich hoffe es.